Ja, das ist jetzt eine interessante Situation. Also auf der einen Seite habe ich die Bauwoche Paradiesvogelfest und irgendwelche 20 Leute und Wandergesellen und alle möglichen Leute sind auf dem Hof und bauen die neue Festivalküche ein und bauen Plattformen und bereiten alles Mögliche vor. Auch die Künstlerunterbringung im Schloss. Und gleichzeitig ist Endphase dieses Wahlkampfs. Also das ist schon wirklich eine sehr spezielle Kombination. Ich habe es mir jetzt so nicht ausgesucht. Aber es ist jetzt so. Ich möchte euch und Sie alle einladen. Nutzen Sie das Paradiesvogelfest. Kommen Sie mal vorbei und dann können Sie mal sehen, was hier geschafft worden ist. Es gibt ja im Moment wieder große, große Kampagnen im Hintergrund, was ich für ein gefährlicher Mensch bin und so weiter. Kommen Sie mal einfach vorbei und schauen sich an, was hier tatsächlich passiert ist. Mal fernab von irgendwelchen Kampagnen. Einfach mal kommen und selber schauen. Kommen Sie mal auf! мама O